Ja Man Man jetzt will ich wieder so behindert Egal verschiebe gerade noch mein Mikrofon Ähm ja Isak Diesen Scheiß habe ich ja schon gespeilert Das wir mit Polyphemus spielen werden Schon gestern schon Gestern Gestern Mega Tears Polyphemus Mega Tears Tränen sind groß Und ich muss wahrscheinlich schon ein bisschen leiser sprechen Weil Besuch das Freunde von meiner Mutter und so Und deshalb werde ich Direkt Mit dem Mikrofon in meinem Gesicht Äh Aufnehmen Ich habe privat sehr viel gespielt Muss ich sagen Da kommt direkt mein Freund online Äh Dann machen wir einmal so Ups Das war's nicht Das war's Machen wir einmal so Dann machen wir einmal So Boom Danz Gushers Mach mich Glücklich Danz Gushers Mach mich toll Äh Äh Was Ich hab grad diese Danz Gushers 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 Werbung gesehen Und ich muss sagen Das ist doch behindert Was die da machen Behindert ist das Aber hey Das ist Werbung Das ist Behinderung pur Gute Gaddammit Oh Jetzt wird meine Gaddammit Ein bisschen leiser Komm schon Das war jetzt Ein bisschen komisch Knapp War ich jetzt hier aber auch So richtig ekelhaft Joah Heute ist Mittwoch Mittag ist irgendwie so ein Tag, da kommen ganz viele tolle Videos Früher war er noch krasser Als ich noch aktiv bei TT geguckt habe Jetzt werde ich hier so zu einem YouTube-Video verlängern Ich glaube, es sucked Oh, Keys Da ist ein Key-Bagger Ist das etwa auch sowas wie ein Key-Bagger Oh Gott Mann Ich mich fühle ein Behindert Wenn ich es in den Skousers Ich mich fühle ein Behindert Behindert, Alter Behindert Behindert, das ist ein Stück Scheiße Oh Mann Ja, ich bezeichne mich selber als Beena-Stück-Scheiße Ähm Let's kill, luck up Cool Luck up, luck up Wie viel luck habe ich eins? Aber ich habe vollen Angriff Vollen Angriff, vollen Angriff Ich habe meinen vollen Angriff Ich glaube, da liegt nur ein halbes Herz Give me money oh man so behindert echt man egal kann man das immer noch doppelt einsetzen ups Nein kann man nicht ding 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 ups das war einmal zu viel Egal. Ich dachte gerade, wir haben keine Schlüssel. Warum auch immer. Die Bibel. Die Bibel. Die Bibel. Ja, nehme ich mit. Temporary Flight. Und Instant Mom Kill. Oh, jetzt habe ich es gespoilert. Scheiße. Dann wird es ein cooler Mom Kill. Ja. Basement 2. Are you ready for Mom? Perfekt. Perfekt. Perfekt, sag ich euch. Perfekt. Irgendwie ist mein Mikrofon wieder ganz komisch eingestellt. Wenn ich lange Zeit nichts sage, dann ist mein Mikrofon 500 Mal so laut. Wie wenn ich die ganze Zeit in so einem Redefluss laber. Ach, fickt doch die Oma. Nein, das war jetzt keine Aufforderung, eure Oma zu ficken. Beim Friend. Immer noch fickt doch die Oma. Mann, das ist nur schlechte Items. Gut, dass ich halt jetzt Polyphemus ganz am Anfang noch hatte. Ja. Gut, dass die Bomben da liegt, denn da wird der Scheiß direkt freigesprengt. Äh. Wie schon gesagt, ich muss ein bisschen leiser sein, weil wegen Besuch und so. Ne? Habe ich da schon gesagt? Ich glaube schon. Ähm. Cool. Bomben und Schlüssel. Bomben und Schlüssel, das sind cool. Ups. Das wollte ich nicht. Was passiert da? Warum direkt in meine Richtung? Ups. Das war falsch. Äh. Ups. Das ist wahrscheinlich hier unten, hoffentlich. Digga in den Raum. Oh. Ja. Da, nimm dir das Geld und gib mal was. Nimm das Geld und halt dein Maul. Das ist der Welt. Das ist der Welt. Da gehe ich jetzt nicht rein. Ich hab. Ich hab das Geld ja nicht aufgesammelt. Leider gibt es keinen Typen, der das Geld aufsammelt. Das ist zum Beispiel. Alter. Das ist zum Beispiel so. Nein. Geh weg. Nein. Das fehlt mir einfach all mein Money. Money fließt in dieser Nacht. Wie geht die Hook weiter? Egal. Möchte ich nicht wissen, wie die Hook weitergeht. Dingle. Ähm. Temporary Flight. Unsere Engelsflüge. Fuck. Warum eigentlich immer Dingle? Nur weil es ein neuer Boss ist, wird er gleich gespammt. Aber. Alter. Warum sponst du den direkt in mir? Wer? Nein. 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 Ja. Oh ja. Oh ja. Meins. Mom's Toonel? Nein, den möchte ich nicht. Nein, ich möchte das nicht. Nein, ich möchte nicht vergewaltigt werden. Oh Gott. Oh Gott. Alter, dass der seinen Scheiß da einfach in mir drin spawnt. Warte. Füllt es direkt auf? Ja, tut es. Cool. Ah, I was alone. Wo ist der nächste Runde? Bibel. Zwei Bombe. Davor. Hm, davon hätte ich eigentlich hier eine platzieren können. Egal Schau ich den Ja Ich verwende die Seeds zwar eh nicht Aber da kann man die Seeds zwar anschauen Aber Verwende ich nicht Und ich muss eigentlich nur auf die Zeit gucken Es gibt ja auch eine Zeit im Spiel So ein Timer Aber Das Video geht nicht genauso lang wie Das Timer im Spiel geht Das Timer im Spiel Mein Deutsch wird immer perfekter Nimm das Geld und halt dein Maul Äh nö Das für Dünner Kann das sein Äh Was Gott ich bin mir dann sauf verwirrt Weil heute war ein eventvoller Tag Zu fuhl Zu world Ich bin Maudado Du bist tot Und das hier ist die Welt Zu world Ja Bumfriend Er lohnt sich mal Wie er spawnt etwas außerhalb Nein Nein Du Hure Mann Oh Sind das Wupp Wupp Tränen Wupp 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 Habe ich lieber meine Wupp Wupp Drehen Tiers ab Und was bist du ich Spieler Ähm da habe ich lieber meine Wupp Wupp Drehen Da habe ich The World Da habe ich The Hankman Da habe ich lieber The World Wupp 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 Drehen Wupp 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 Ich bin Dubstep Hörer Ich muss die ganze Zeit nur in Wupp Bewegungen sprechen Kuss auf Dubstep Was Das war jetzt mehr schwul Als Dubstep Halo of Lies Das gibt mir Schutz Projectile Protection Ist das nicht so Minecraft für Zauberung Mann Äh da unten Da unten gehe ich eh nicht rein P-Man 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 Der P-Dizzle War mal wieder am Start P-Man Seltener Gegner Der irgendwie nur gespampt wird Bei mir Äh Verreck mal ein bisschen Danke So Verreck aber nur ein bisschen Das Nerz Ich muss da hin Nein Du kriegst das Geld nicht Nein du kriegst heute kein Taschengeld Boah Boah Skill Skill Einfach nur stehen Einfach nur stehen bleiben Hallo Chub Chip chip Leck mich doch Am Arsch Nein Jetzt muss ich langsam Aber ich bin Ja Da kann ich ja die Aufnahme beenden Mann Wir werden niemals diesen Marnkeling kriegen Oh Egal Das war's damit The Panic of Isaac Rebirth Für heute Und vielleicht noch für die nächsten Tage Ich würde einfach mal sagen Tschüss Bis zum nächsten Mal Haut raus Alter Ne Ich war ja ernst Ey Ich würde einfach mal sagen Tschüss bis zum nächsten Mal Haut raus Tschüss 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 Guck Tschüss